Wir von der Ufer Talentbase sind heute hier und casten für die großen Formate der Ufer. Gute Zeiten, schlechte Zeiten unter uns, alles was zählt, für neue Formate, für neue Filme. Aber nicht nur allein im Filmbereich, sondern wir suchen auch händeringend über neue Gesichter für unsere großen Shows. Wie zum Beispiel das Supertalent oder DSDS oder gerade auch hier jetzt an diesem Wochenende aktuell für X-Faktor. Ich finde das super toll hier, das macht mir wahnsinnig Spaß. Ich möchte gerne auf der Kamera stehen und einfach irgendwas spielen. Deswegen bin ich hier, blödiger Bielefelder, wohnt zwar seit einiger Zeit in Enger, aber dafür bin ich extra in meine Heimatstadt zurückgekommen. Was passiert? Ich dachte, wir haben doch zusammen schon den Urlaub gebucht und ich wollte doch mit dir zusammen dahin. Ich liebe dich über alles. Ich mache Straßenmusik hier in Bielefeld und bin da drauf gestoßen. Ich dachte, naja, was soll's, kann man mitmachen. Es ist immer sehr spannend, wenn die neue Talente finden. Die kommen mit einer großen Hoffnung hierher und haben auch riesig Lampenfieber, auch mal vor so vielen Leuten zu spielen oder zu singen. Und das ist gar nicht so einfach. Also müssen sie auch ein bisschen Mut haben. Dann ist es auch ganz wichtig, dass sie kommen und auch ihre Hemmungen ablegen. Wirklich zeigen, was kann ich, was habe ich drauf. Das ist mein Traum und ich denke, ich wurde davon geboren und deshalb nehme ich diese Chance hier wahr und hoffe einfach, dass jemand anerkennt, dass ich mir so viel Mühe gebe und dass jemand sieht, dass es wirklich meine Leidenschaft ist, dass ich sie mache.